Ja, liebe Leute, und wie durch Zauberhand sind hier schon die Postkarten. Wir dürfen jetzt mal den ersten Karton öffnen. Und schaut, es ist die Postkarte zu Oliver Susamis Unendliches Weiß. Diese Postkarte besteht aus Papier und Weiß. Das ist die Rückseite. Und jeder, der irgendwas mit Goodies, also Sammlerausgaben oder Namensnennung, gebucht hat, bekommt schon mal davon eine Postkarte. Und jetzt gehen wir weiter. Nächstes. Die Dame öffnet. Tada! Und das hier ist die Postkarte zu Christian von Astas Geschichte, Liebe Vampirorum. Ebenfalls illustriert von der wunderbaren Illustratorin. Auch eine Rückseite, aber natürlich geht es vor allen Dingen um die Vorderseite. Ich finde es total schön. Und jetzt gibt es noch ein drittes Paket mit einem dritten Motiv. Es öffnet auf wieder die Dame. So, und das ist die Postkarte zu der Geschichte von Sonja Rüther. Man sieht, ich finde, das ist nach wie vor eines der schönsten Motive. Da geht es um Zombies und noch um Hexen. Aber das werdet ihr alles lesen, wenn das Buch produziert wird. Und das wird ja irgendwann geschehen. An dieser Stelle vielen Dank euch allen, dass ihr mitgemacht habt. Die Kampagne ist jetzt schon erfolgreich und ich freue mich wahnsinnig. Vielen Dank. Bald mehr. Ja. Ich möchte euch allen sehen.